So das ist ein Video bei GRID Autospot zusammen mit Paul Meister. Hallo. Wir machen als nächstes den Party Mode und zwar Mini Cup ohne Klassik und zwar Ausscheidung. Event 1&1 ein Rennen. Ohne Watson-Artsen. Ja und mit der Strecke Jasmariner Circuit Fahrerlager Strecke. Länge hab ich jetzt nicht gesehen leider. 2,3 Kilometer. Und ja, der Tenno-Stadt als Erster ist klar. Geil, Alter. Jaaaa. Alter, ich gewinne man und dann krieg ich so viel Geld, dass ich es nie wieder ausgeben kann. Ganz viel Geld. Alter, ich rahm dich so doll raus, dass du nie wieder losfahren kannst. Das hat Robert bestimmt mal gesagt, oder? Ne, ich hab das zu Robert gesagt. Achso. Da hat er nur gelacht. Verständlich. So, los geht's. Speed, bieten. Ich sehe mal wieder den Timer nicht. Alter, rahm ich nicht. Aber egal. Hauptsache Erster bleiben, ne. Ohne Wagen-Lenkzuge ziemlich gut, wenn ich... Na ja, der lässt sich gut steuern. Okay, Ausscheidung hat begonnen. Marcel Neuer wird wohl als erstes rausfliegen, voraussichtlich. Neuer. Manuel Neuer. Manuel Neuer. Neuer. Sooo, ja sehr schön. Immer noch Erster hier. Geil. Oh man ey, was war denn das jetzt, Alter? Das muss so bleiben. Oh, ich hänge die Leute sogar ab. Ich hänge die Leute ab, Alter. Tschüsschen. Oh, die Runde ist nicht so lang Das ist schön Alter, so ein Wichser Ja genau, jetzt fliege ich raus Alter So ein Penner Ja, ich bin raus, geil Hm, dann kannst du immer noch mitfahren, ne? Ja Ist eigentlich unnötig, irgendwie Wenn du jetzt so Bananen und Fake-Items so werfen könntest Und dann können die anderen so reinfahren Oh, die letzte Hände wurde überholt Ja Hä, ich dachte wohl, wie kannst du es sehen? Oder bist du das? Ne, ich bin ja raus Ja, aber wie kannst du es sehen? Ja, die Spieldiste wird mir noch angezeigt Ja, aber ich dachte, du kannst noch fahren Ja, ich fahr ja auch noch, aber die Spieldiste wird mir noch angezeigt, da oben an der Seite Ach so Ja, und wer ist das? Äh, Dr. Professor Matt Monkel Alles klar Der sitzt da also drin in seinem Auto Oh, ich fahr jetzt Ja, Linie war vorn Ja, okay, dann werde ich jetzt weiter Wie lange geht es denn noch? Keine Ahnung, ich sehe die Zeit nicht mehr So Wie viele sind noch drin? Äh Nur noch drei, glaube ich Nur noch der Eis hinter dir Okay Ich kann ihn aber weit und breit nicht sehen Nur der erste hebt sich immer weiter ab Da, da, da Ja, okay, jetzt bin ich gleich raus Ende Ja, ich bin Zehnter Weil mich der scheiß Eis gerammt hat, ey 8,4 Kilometer habe ich Gut Okay, dann geht es im nächsten Rennen weiter So weiter geht es mit dem nächsten Event Und zwar Party Mode Minicab Checkpoint Event 1 und 1 Ein Rennen Ja, und zwar auf einer sehr langen Strecke Ich hab jetzt nicht genau geguckt, wie sie heißt Aber sie ist lang So wie mein Das ist sehr schlecht Ja, also Sepad International Circuit GP Strecke 5,5 Kilometer Okay, es geht eigentlich Alle mit dem Mini John Cooper Works Challenge Die stand natürlich als letztes, das ist sehr nice So, diesmal habe ich nicht die rosa Lackierung genommen Wie man vielleicht gemerkt hat Aber jemand anderes hat sie Ja Im Augehalten von Meistersch hast du die blaue Lackierung genommen Ja Mit den weißen und schwarzen Streifen Ja, ich hab Warteposition 11 Das ist sehr nice Warteposition 7 So, gleich geht es los für mich Warteposition 1 Und los geht es auch schon Ja, ich hab jetzt Warteposition 4 So, jetzt sehe ich den Teil mal auch wieder Oh, jetzt auch eine andere Musik anscheinend Bereit machen Oder? 1 Finde ich cool, dass ihr überhaupt eine Musik spielt Stimmt, ne? Ja Weil es so spannend ist Ja So Die Kurve hier ist gemein Darf man echt nicht zu schnell fahren Aber mit dem Wagen ist es Nicht so schwer Weil der ja doch sehr schön lenkt Ja So 22 Sekunden verbleibend Na, so viel hast du noch Hm 25 Sekunden Weil jetzt bin ich rausgekommen natürlich Okay, 23 Jetzt will mich da glaube ich einer geholen oder so Oder auch nicht Ach, fuck, man Ah, ja Geil Ah, nur noch 18 Alter Oh, 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 oh Natürlich ist auf einmal eine Kurve, ey Oh, man, ja Scheiße, Alter So, wie viele Sekunden noch? 15 Oh, warum fliegt denn noch keiner raus? Wo sind denn die ganzen Kommgegner, bitte? Alter, wie weit weg sind die denn alle? Das kann doch nicht wahr sein Oh, Mann, ey Alter, war das knapp schon, ey. Ja, ich konnte nicht bremsen, sonst wäre ich rausgeflogen, Mann. Alter. Das kann nicht sein, dass ich... Oh, ne, ich habe einen Kopie nur überholt. Geil. Richtig geil. So. Ja, bin raus. Tschüss, ey. Mann, ey. Elf Sekunden. Oh, das wirst du hier, glaube ich, oder? Ne, das warst du nicht. Ja, das wird auch nichts mehr. Eins, null, tschüss. Na, die meisten anderen sind noch im Rennen, obwohl jetzt geht es gerade zu Ende hier, glaube ich. Ja, da tut sich gerade was. Und ich bin 8er. Ja, das war ja nicht so toll. Dann schaue ich mal dem Eis zu. Die fahren hier immer noch munter weiter. Ja. Ja, geht's mal zu Ende bald, bitte? Alter. Hallo. Ist jetzt mal bald zu Ende hier. Das Licht der Scheinwerfer sieht cool aus auf dem Boden. Ja. In der Actionperspektive. Action Cam. Und das ist der Siegel. Jetzt. Aber der Doktor, Professor, Mait, Monokel, Joy fährt immer noch. Ja. Ja, okay, der ist erst dann. Ja, gut, das war's. Weißt du, der ist wirklich Professor und Doktor? Professor und Doktor. Okay, dann geht's im nächsten Rennen weiter. Okay, weiter geht's mit dem nächsten Event. Und zwar Isle Street McLaren F1 Club. Rennen, Event 1 und 1, ein Rennen. Und ich glaube, es war San Francisco Sprintstrecke B, die hier als Strecke kam. Wir werden es gleich auflösen. Ja. Und zwar mit einer Länge von 2,9 Kilometer. Richtig. In San Francisco. Also wieder die Stadt auf dem Berg. Und ich hab vergessen, die Startaufstellung umzudrehen. Aber gut, wir sind ja beide vorne, also ist das okay. McLaren F1 GT ist der Wagen, mit dem wir fahren. Hm. Heller Flasch. Und wen soll man im Auge behalten? FR-C-I. Es ist Zeit auf der Strecke, gesamt 28 Tage. Was? Er war 28 Tage auf der Strecke. Ja, ich starte als Erster, ne? Geil. Ja, ich starte als Dritter, ne? Ist geil. Ich bin dann mal weg, Leute. Alter, was hat dieser Typ dahinter, die er was für eine Lackierung hat? Guck mal. Ja. So rot-schwarz, ne? Sieht schon nice aus, der Wagen. Ja. Was geht's? Boah, das ist ja schnell. Miau, nianianianau. Alter, aus dem Weg, Mann. Boah, da muss man echt aufpassen, dass der eigentlich weggerät. Alter, was jetzt schon zweimal fast passiert wäre, ne? Boah. Oh, shit. Ja, davon hast du wohl zu wenig gebremst, ne? Ja. Mann. Kommt da vorne. Alter, was ist das für eine Scheißstrecke? Ja, das ist nicht so wirklich für den Wagen geeignet. Oder? Hä? Die ist nicht wirklich für den Wagen geeignet. Ja, das stimmt. Boah, es holpert so. Man kann ihn gar nicht richtig lenken. Oh, ich hab euch ein bisschen abgehängt. Das ist schön. Huiuiui. Hui, Alter, ist eng hier, ey. Das da hinten ist doch die Golden Gate Bridge, oder? Keine Ahnung. Auf jeden Fall auf dieser Brücke fahren sogar Autos, ne? Hast du das gesehen? Ne. Die sieht man sogar von hier aus. Kannst du mal drauf achten. Ja, jetzt erstmal voll dagegen gefahren. Alter, ist... Och, Mann. Machst du das? Ja, da hat jetzt zu wenig Zeit zum Ausweichen. Ja, jetzt kann ich nicht mehr richtig fahren. Ja, ich auch nicht. War schon rote Lenkung. Ey. Orangene, meine ich. Okay, es geht aber noch. Ja, Alter. Okay, meine Scheibe ist weg. Jetzt kann ich besser sehen. Spüre ich den Fahrtwind. Oh, shit. Oh, shit. Boah. Oh, oh. So schnell, Alter. Boah, diese Ecke da ist voll fies. Oh, nee. Jetzt überholt mich der auch noch, Mann. Oh, mein Reifen ist geplatzt. Alles klar. Oder? Ja, ich glaube schon. Siehst du die Autos da auf der Brücke? Nee, hab ich jetzt nicht drauf geachtet. Ha, der hat sich rausgedreht. Ha. Ach, Mann. Jetzt kann ich nicht mehr richtig fahren. Das Ganze vergessen, ey. Oh, nee. Das hat mich schon wieder eingeholt, der Penner. Jetzt funkt die ganze Zeit da so links. Ich glaube, mein Reifen ist kaputt. Okay, ich bin trotzdem vor dem Ziel. Sehr gut. Schau es mir zu. Ja. Hat dich einer gerammt? Ja, tot. Oh, ho, ho. Und nicht einer tot gerammt. Ja. Na gut, krieg trotzdem noch E.P. Oh, ganz knapp voll Level 21. Ja. Und Geld. Ja. Minus 10.000. 2.000. 10.000 bezahlt. Hm. Okay, dann geht's dem nächsten Part weiter. Mit dem nächsten Rennen. Also, bis zum nächsten Part. Und tschüss. Tschüssi. 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 Vielen Dank.